Hast du schon einmal einen Spionagefilm wie Mission Impossible gesehen und dir gedacht, hey, wäre es nicht cool, wenn ich diese Dinge auch tun könnte? Wenn ja, dann ist heute dein Glückstag. Denn stell dir vor, die Zukunft ist jetzt und viele der Gadgets aus den Filmen gibt es wirklich. Und sie sind nicht nur echt, sondern funktionieren auch. Das bedeutet, dass du alle deine James Bond-Räume wahr werden lassen kannst. Von der heimlichen Spionageuhr bis zum futuristischen Fernglas. Hier sind einige der besten Spionage-Gadgets, die du derzeit auf dem Markt finden kannst. Nummer 10. Nachtsicht-Ferngläser Es gibt keinen Spionagefilm, in dem der Protagonist nicht ein Nachtsichtgerät oder ein Wärmebildgerät benutzt, um im feindlichen Gebiet herum zu spionieren. Ein leuchtendes Splinter Cell Headset ist zwar cool, aber dieses Fernglas von Solomark ist viel praktischer und vielseitiger. Es hat nicht nur eine infrarotbeleuchtete Nachtsichtfunktion, die übrigens bis zu 400 Meter weit sehen kann, sondern auch einen AV-Anschluss, mit dem du alles direkt auf dem großen Bildschirm sehen kannst. Wenn du lieber fotografierst, haben sie auch eine integrierte Kamera, die genau das aufnimmt, was du im Sucher siehst. Außerdem hat die Kamera noch viele andere Funktionen, wie eine 7-fache Vergrößerung im Dunkeln und einen 2-fachen digitalen Zoom. Außerdem wird sie mit einer 32 GB SD-Karte geliefert, auf der du tausende von Fotos auf einmal speichern kannst. Und da sie mit einfachen AA-Batterien betrieben wird, musst du dich auch nicht um das Aufladen kümmern, denn du kannst sie ganz einfach austauschen. Egal, ob du als Geheimagent jemanden ausspionieren willst oder einfach nur in der Wildnis unterwegs bist, dieses Fernglas ist ein absolutes Muss. Nummer 9. Fredy HD Mini-WiFi Wir alle haben schon einmal gesehen, wie jemand in einem Spionagefilm eine wahnsinnig kleine Kamera mit sich herumträgt, um Informationen über einen Feind zu sammeln. Und diese Mini-WiFi-Kamera ist genau das, nur noch besser gemacht. Erstens ist sie super klein und sieht aus wie ein schlichter schwarzer Würfel, wodurch sie wirklich schwer zu entdecken ist. Zweitens kann sie trotz ihrer geringen Größe Full-HD-Videos aufnehmen, sodass alles scharf aussieht. Und da ihr direkt mit Wi-Fi ausgestattet ist, brauchst du ihn nicht zu verkabeln. Du musst sie nur mit deinem Netzwerk verbinden und schon kannst du sie auf deinem Handy sehen. Das Beste an der Kamera ist jedoch, dass sie nicht nur Nachtbilder anzeigen kann, sondern auch über Bewegungserkennung und Schleifenaufzeichnung verfügt. Das bedeutet, dass du sie sogar als Sicherheitskamera außerhalb deines Büros oder Hauses einsetzen kannst, ohne dass jemand davon erfährt. Nummer 8. Stimmenverzerrer Das ist ein Stimmenveränderer, mit dem du deinen Freundinnen einen Streich spielen kannst. Oder wenn du auf ruchlose Spionage abfährst. Wir urteilen hier nicht. Auf jeden Fall ist das Ding winzig und cool zugleich. Wie du wahrscheinlich schon vermutet hast, gibt es jede Menge Funktionen, mit denen du die Tonhöhe deiner Stimme ändern und damit herumspielen kannst. Du kannst zum Beispiel die Tonhöhe erhöhen und dich wie ein kleines Koboldkind anhören. Oder du drehst sie ganz runter und klingst wie ein dämonisches Monster. Die Wahl liegt ganz bei dir. Auch das Anschließen ist super einfach und erfordert keine komplizierte Einrichtung. Du musst nur dein Headset anschließen und schon hast du eine Menge verschiedener Stimmen zur Verfügung. Außerdem ist er mit vielen Geräten kompatibel, darunter PC, Telefon und Spielekonsolen wie Xbox und Playstation. Nummer 7. Spionage-GSM-Geldautomatenkarte Das hier ist die Mutter aller Spionage-Gadgets. Der einzige Grund für die Existenz dieses bösen Buben ist es, andere Leute auszuspionieren. Und ehrlich gesagt funktioniert das auch außergewöhnlich gut. Aber bevor wir zu weit vorpreschen, lass uns erst einmal analysieren, was dieses Ding überhaupt ist. Okay, aus einem bestimmten Blickwinkel sieht es aus wie eine gewöhnliche Geldautomatenkarte. In Wirklichkeit ist es aber ein super getarntes Gerät, das nicht nur Anrufe abfangen, sondern auch abhören kann. Du musst nur eine GSM-SIM-Karte in das Gerät einlegen und schon kann es Anrufe von jedem Telefon in der Nähe abfangen. Außerdem ist es mit einem winzigen Ohrhörer ausgestattet, der fast unsichtbar ist, wenn du ihn in dein Ohr steckst. Und mit diesem Ohrhörer kannst du mit deinem heimlichen Partner sprechen. Also ja, es ist ziemlich legitim. Die Leute benutzen es für alles Mögliche, zum Beispiel um bei Prüfungen zu schummeln. Aber das würden wir natürlich nicht empfehlen. Das Tolle daran ist jedoch, dass du mit einer einzigen Akkuladung über 5 Stunden lang Gespräche führen kannst. Nummer 6, USB-Spionage-Kamera Wir haben bereits eine winzige Spionage-Kamera in diesem Video gesehen. Was ist also anders an dieser? Nun, zunächst einmal sieht sie im Grunde wie ein Ladegerät aus. Und ehrlich gesagt ist es fast unmöglich, sie von einem solchen zu unterscheiden, wenn du nicht genau hinsiehst. Außerdem hat es einen vollwertigen USB-Anschluss auf der Rückseite, an den du dein Handy anschließen kannst, um es aufzuladen. Auch die Kamera ist nicht schlecht, denn sie nimmt Videos in Full HD 1080p auf und hat einen sehr weiten Blickwinkel. Du kannst also sicher sein, dass du so ziemlich alles, was vor dir ist, mit Leichtigkeit aufnehmen kannst. Oh, und weißt du was? Du kannst das Video sogar direkt auf deinem iPhone oder einem anderen Android-Gerät streamen. Und wenn du möchtest, dass andere das gleiche sehen, kannst du den Feed sogar teilen. Nummer 5, Focals Okay, genug von versteckten Kameras. Jetzt wird es Zeit, über die wirklich futuristischen Dinge zu sprechen. Diese Brille ist der Stoff, aus dem die Träume eines jeden Sci-Fi-Nerds sind. Und du wirst überrascht sein, wie gut sie auch im echten Leben funktioniert. Die Focals sind in ihrem Konzept der Google Glass er ähnlich, nur dass sie viel besser sind. So ist diese smarte Brille vor allem eine großartige Brille, was bedeutet, dass Komfort und Passformen hier oberste Priorität haben. Wenn du schon einmal eine Google Glass- oder Snapchat-Brille ausprobiert hast, weißt du, wie sperrig und unbequem sie sein können. Die Focals hingegen beseitigt dieses Problem vollständig. Außerdem hat sie dasselbe großartige Heads-Up-Display und dieselben intelligenten Funktionen wie alle anderen smarten Brille. AR-Mapping, Benachrichtigungen, Navigation und all der andere Schnickschnack, den du dir vorstellen kannst. Sie ist so etwas wie eine Apple Watch für dein Gesicht. Und wenn du sowieso täglich eine Brille trägst, kannst du sie auch mit deinen Brillengläsern anpassen. Nummer 4, Spionage-Ohrstöpsel mit Maske Heutzutage trägt jeder eine Maske, was es super einfach macht, deine Identität zu verbergen und in der Menge unterzutauchen. Und wenn du auf Spionage stehst, ist das die perfekte Gelegenheit, um deinen Freunden einen Streich zu spielen oder den Bösewicht zu spielen, auf den du stehst. Im Grunde ist dies eine Gesichtsmaske, die wie jede andere Maske aussieht, die du täglich zu deinem Schutz trägst. Sie hat jedoch einen raffinierten kleinen Trick in petto, denn sie ist mit einem Ohrhörer ausgestattet. Und das ist kein gewöhnlicher Ohrstöpsel. Er ist so winzig, dass in deinem Ohr praktisch unsichtbar ist. Und er benutzt auch keine Lautsprecher, um den Ton zu erzeugen. Stattdessen nutzt er Magnetismus, um den Ton direkt in deinen Gehörgang zu leiten. Du musst also deine Gehörgänge reinigen, bevor du ihn benutzt. Und da er automatisch alle eingehenden Anrufe annimmt, musst du auch nichts tun, um ihn zu aktivieren. Nummer 3 Spionagefahrzeug Na gut, wir werden es nicht beschönigen, denn es ist ziemlich selbsterklärend. Wenn du schon einmal Rainbow Six Siege gespielt hast, weißt du genau, wie es funktioniert. Es ist ein kleiner RC-Rover mit robusten Reifen, der mit Überwachungsausrüstung ausgestattet ist. Du hast also zwei Kameras, von denen die erste zum Fahren und die zweite zum Drehen und Aufnehmen der Umgebung dient. Und da dieser kleine Rover Scheinwerfer hat, kannst du ihn sogar im Dunkeln benutzen, um etwas aufzunehmen. Und wenn du wirklich im Tarnmodus fahren willst, kannst du auch die Scheinwerfer und Rücklichter ausschalten. Natürlich wäre es kein Spionage-Gadget ohne ein Mikrofon. Also hat es auch ein solches und einen Lautsprecher für die Wiedergabe. Wer weiß, vielleicht willst du stattdessen als Ablenkung benutzen. Oh, und die App, mit der du diesen Cache steuern kannst, ist auch toll. Mit dem Beschleunigungssensor deines Handys kannst du ihn in ein Lenkrad in deiner Hand verwandeln. Nummer 2. Spionage-Uhr Heutzutage hat jeder eine intelligente Uhr, mit der du Benachrichtigungen abrufen, SMS verschicken und sogar in den sozialen Medien surfen kannst. Aber was wäre, wenn du in deiner Uhr auch Dinge aufzeichnen könntest? Ja, diese Spionage-Uhr von Aero hat eine eingebaute, drehbare Radierkamera, die alles um dich herum aufnimmt. Du musst nur den versteckten Knopf drücken und schon beginnt die Aufnahme. Und da sich die Kamera auf dem äußeren Rand befindet, kannst du sie in jede beliebige Richtung drehen. Und selbst wenn du die Kamera nicht benutzen willst, verfügt sie über alle anderen Smartwatch und Fitnessfunktionen. Nummer 1. Sprachrekorder-Halskette Okay, diese Kette ist für Leute, die auf Mode stehen und gerne Schmuck tragen, wenn sie ausgehen. Diese Halskette sieht aus wie ein sechseckiges Schmuckstück und hat ein paar ziemlich coole Tricks auf Lager. Zum einen hat sie ein hochempfindliches Mikrofon, das alles um dich herum aufnimmt. Außerdem ist sie mit einem intelligenten 8-Kern-Chip zur Rauschunterdrückung ausgestattet, der Geräusche filtert, damit du nur das hörst, was für dich wichtig ist. Und wenn du mit dem Schnüffeln fertig bist und dir die Aufnahmen anhören willst, kannst du sie über USB an jedes Telefon oder Laptop anschließen. Gut, welches dieser Spionage-Gadgets hat dich am meisten fasziniert? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen. Vergiss nicht das Video zu liken, Technik-Atlas zu abonnieren und wir sehen dich im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.